Hallo und ein herzliches Willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal und heute kümmern wir uns um das aktuelle Spiel des Jahres nämlich Cold Express. Dort reisen wir in den wilden Westen und sind hier diese Banditen und versuchen durch wilde Schlägereien und Schießereien an die meiste Beute zu kommen. Cold Express ist ein Spiel vom Autor Christophe Rimbaud mit Illustrationen von Jordi Willbonard. Es ist für zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahren, dauert circa 40 Minuten und ist bei Ludonauter und Asmodee erschienen. In der Schachtel finden sich gut geparkt eine Lok und einige Waggons. Dazu gibt es Karten, Banditenfiguren und Deko-Elemente. Alles, was dreidimensional ist, muss natürlich vor dem ersten Spielen zusammengebaut werden. Der Zug ist das Spielbrett und macht ordentlich was her. Die Deko-Elemente sind eine hübsche Idee und werten die Spielstimmung tatsächlich auf. Die Spieler schlüpfen in der stimmigen Umgebung in die Rolle von Banditen und wollen genau diesen Zug hier unabhängig voneinander ausrauben. Man macht sich also fleißig die Beute streitig, die in den Waggons liegt. Zu jedem Banditen gibt es ein Kartendeck mit zehn Aktionskarten und sechs Patronenkarten, die vor allem abgelegt werden. Der Rest wird gemischt. Eine Partie läuft dabei über fünf Runden, die jeweils in zwei Phasen aufgeteilt ist. Zunächst die Planungsphase. Es wird eine Rundenkarte aufgedeckt. Diese gibt an, wie viele und in welcher Weise gleich Karten ausgespielt werden. Bei dieser hier kann jeder Spieler vier Karten spielen, wobei die zweite und vierte verdeckt gespielt werden. Man zieht aus seinem Deck sechs Karten. Jetzt beginnt der Startspieler, eine seiner Aktionskarten auszuspielen und legt sie in die Mitte. Der nächste spielt auch eine Karte und legt sie darauf. So geht es reihum, bis das Soll der runden Karte erfüllt ist. Die Spieler haben ihre Aktionen gemacht, aber noch ist nichts gespielt worden, denn in der zweiten Phase, der Aktion-Phase, wird ausgewertet. Die Karten in der Mitte werden umgedreht und ausgeführt. Aber was für Aktionen haben wir denn zur Auswahl? Es gibt Bewegungsaktionen, um im Zug voranzukommen. Oder man sammelt Beute ein, bzw. schlägt sie einem Mitspieler mit einem Hieb aus der Hand. Außerdem kann man auf die Mitspieler schießen. Der Beschossene bekommt dann vom Schützen eine Patronenkarte, die er in sein Deck mischen muss. Als letzte Aktion kann man den Marshall bewegen. Dieser ist zu Beginn in der Lok und verpasst jedem Baditen in seinem Abteil eine neutrale Patronenkarte und verband ihn zusätzlich noch aufs Dach. Durch das spätere Auswerten kommt er schnell zu einem Durcheinander und auf einmal steht man ganz woanders, als man dachte und wurde auch noch mehrfach angeschossen. Die Schüsse werden ab der zweiten Runde relevant. Alle Karten des eigenen Decks plus die fremden Patronenkarten werden zusammengemischt. Eine neue Rundenkarte wird aufgedeckt und man zieht wieder sechs Karten aus dem eigenen Deck. Hat man jetzt Patronenkarten auf der Hand, sind dies Nieten, da man mit ihnen keine Aktion machen kann. Man kann aber jederzeit auf eine Aktion verzichten, um drei Karten nachzuziehen. Nach der letzten Runde wird das Erbeutete ausgezählt. Dazu gibt es noch 1000 Dollar Prämie für den Revolverheld. Das ist der Spieler, der die meisten Patronenkarten, also Schüsse, abgegeben hat. Wer jetzt der Reichste ist, gewinnt das Spiel. Zusätzlich schlägt die Anleitung noch eine Variante für Fortgeschrittene vor, in der das eigene Deck zunächst durchgespielt wird, bevor ausgespielte Karten wieder untergemischt werden. Für das Spiel zu zweit gibt es Anpassungen, in der jeder zwei Banditen mit einem gemeinsamen Deck spielt. Kold Express ist wirklich ein schönes Spiel für die ganze Familie. Und der Spielspaß ist besonders groß, weil wir ja erst unsere Aktionen machen und dann erst erfahren, ob es eigentlich so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und besonders durch diese Tunnel, also diese Karten, die man verdeckt spielt, passiert es manchmal, dass man denkt, man wäre hier im Zug wie jetzt der Schwarze in diesem Waggon, aber man wurde geschlagen, ist dann hier gelandet. Dann kann es sein, dass man nicht daran gedacht hat, dass die Charaktere eine Spezialfähigkeit haben. Zum Beispiel der Tuko hier, der Rote, der darf auch innerhalb eines Waggons nach oben oder unten schießen. Der könnte jetzt den Schwarzen wieder treffen. Und an sowas denkt man vielleicht nicht unbedingt und ist dann am Ende des Zuges ganz woanders, als man gedacht hat und hat schon sich gefreut, dass man fette Beute machen kann. Aber dann lag da gar nichts mehr. Das kommt häufiger vor und das ist wirklich witzig und man freut sich dann, wenn der andere die Beute nicht gekriegt hat, aber wenn man sie ihm vor der Nase weggeschnappt hat oder wenn man ihn erschossen hat. Also das ist wirklich witzig. Natürlich macht dadurch auch das Spiel mehr Spaß, je mehr Spieler man ist. Das ist ja für bis zu sechs Spieler und gerade zu sechs ist ja ein Riesengetummel und eigentlich, wenn man schießt, dann trifft man schon jemanden. Und das macht natürlich mehr Spaß, als wenn man jetzt zu zweit spielt. Da spielt zwar jeder zwei Spielfiguren, aber das ist dann ein bisschen berechenbarer, weil der andere ja nur einmal dazwischen drankommt. Deshalb macht es einfach mehr Spaß, je mehr Spieler man ist und es ist ein tolles Spiel für groß und klein und für große Runden. Ja, dann hoffen wir, wir konnten euch einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Spiel doch mal.